Hallo, Gold und Silber für Einsteiger. Der Titel verrät es bereits, an wen sich dieses Buch richtet. Aber auch wenn Sie bereits Edelmetalle gekauft haben, bin ich mir sicher, dass Sie neue, im wahrsten Sinn des Wortes, goldwerte Tipps erhalten, mit denen Sie mehr Gold und Silber für Geld bekommen. Auf über 250 Seiten mit mehr als 100 Schaubildern und Abbildungen erkläre ich Ihnen, worauf es bei der Aufbewahrung, beim Kauf und bei der Auswahl von Edelmetallen ankommt. Sie erfahren, wie Sie sich vor Fake-Shops, Betrügern und Fälschungen schützen, welche Barren und Münzen Sie warum kaufen sollten und wie Sie anschließend diese am besten aufbewahren, egal ob Sie diese zu Hause verstecken, in ein Bankschließfach legen oder in ein Hochsicherheitstresor verwahren lassen. Ich zitiere, ein spannendes und lehrreiches Buch, das selbst für Leute wie mich, die sich noch nie mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben, das Interesse an einer Investition in Edelmetalle weckt. Fazit der Lektorin, die anschließend erstmalig Edelmetall kaufte. Genau darum geht es. Mein Name ist Tim Schieferstein. Ich bin seit 2004 privater Edelmetall-Investor. Im Jahr 2004 habe ich mir meinen ersten Krügerand gekauft. Das synonym für Goldmünze schlechthin. Das hat meinen Blick auf Kapitalanlage und Geldanlage grundlegend geändert. Heute ist der größte Teil meines Vermögens in Edelmetalle investiert. Darüber hinaus bin ich Geschäftsführer und Gründer der Solid-Gruppe und damit auch von goldsebershop.de. Wir sind einer der größten Edelmetallhändler in Deutschland. Diese langjährige Erfahrung habe ich auf diesen 250 Seiten für Sie zusammengefasst. Ich möchte Sie in die Lage versetzen, wenn Sie dieses Buch gelesen haben, dass Sie eigenständig und selbstbewusst Ihre Anlageentscheidung treffen können, weil Sie wissen, worauf es ankommt. Regulär kostet dieses Buch 14,90 Euro in der Buchhandlung. Ein relativ günstiger Preis. Doch mir geht es nicht darum, mit diesem Buch Geld zu verdienen. Vielmehr geht es mir darum, Aufklärungsarbeit zu leisten. Aus diesem Grund verschenke ich dieses Buch unter gold-bindesprich-buch.com. Dort können Sie das Buch in gedruckter Form gegen eine kleine Versandkosten pauschale kostenlos bestellen. Entscheiden Sie sich für die PDF-E-Book-Variante. Erhalten Sie dieses Buch vollkommen kostenlos zum Download unter gold-bindesprich-buch.com. Bestellen Sie jetzt! Vielen Dank und ich wünsche Ihnen eine spannende und lehrreiche Lektüre.